Na hallo zusammen, hier ist wieder euer Tchela und tschau ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und heute will ich euch heute so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar T3 Teile. Und zwar sind wir hier einmal in Naxxramas und wollen ein bisschen bei dem Goblin hier gambeln. Und ja, das letzte Mal hatte ich mir ja schon ein paar Handtokens gekauft, also Handtokens. Diesmal wollen wir das auch wieder machen. Vielleicht haben wir diesmal ja ein bisschen mehr Glück. Insgesamt kaufe ich mir 40 Stück. Kostet 120 Druckmittel des Todes. Und ja, die habe ich quasi umgetauscht gegen die Greiselsteine, die man hier unter anderem in Naxxramas bekommen kann. Heißt, ich habe da doch schon ein bisschen was farmen müssen. Wenn ihr jetzt auch bei dem ganzen Zeug nicht so ganz wisst, wie kann man das kriegen? Ich habe euch ein paar Videos in der Infobox verlinkt. Da wird das alles so ein bisschen erzählt, beziehungsweise erklärt. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen. Im Endeffekt, wenn man hier so ein Grundtoken rauskriegt, ich hoffe wir werden gleich ein bisschen Glück haben, kann man sich da dann ein T3 Teil zusammenbauen. Mit noch ein paar extra Steps. Und ja, die kann man halt unter anderem auch im Auktionssatz verkaufen. Ich persönlich habe vom Druid jetzt schon einmal Tutti Kompletti mir das Set zusammengebastelt. Zum Teil habe ich es mir aus dem Black Market gekauft. Aber zum Teil habe ich hier quasi auch über die Tokens gegambelt und mir das Teil dann selber zusammengesetzt. Denn es gibt Rezepte, die man nur kriegen kann, wenn man denn selber ein komplettes T3 Set hat. Das ist dann ziemlich egal, von welcher Klasse das ist. Es ist einfach nur relevant, dass ihr eins habt. Ah, nice. Ich habe jetzt hier einmal die Hände rausgezogen. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht habe ich noch ein bisschen mehr Glück und ziehe noch was anderes raus, wenn es gut läuft. Zusätzlich kriegt man natürlich hier auch einen Haufen alte BOE-Hände, wie ihr seht. Also da ist alles mögliche dabei. Und, ähm, ja, mal gucken. Manchmal sind die auch ein bisschen was wert, ne? Ich habe letztens auch gesehen, dass da anscheinend alles drin sein kann aus komplett Classic. Also da können dann auch sehr seltene Sachen, zum Beispiel Drops aus Uldermann sein. Gut, da wären es jetzt dann, ich glaube, Uldermann sind keine Hände dabei, sondern eher Köpfe. Da gibt es welche, die kosten ein paar Millionen Gold, weil die irrsinnig selten sind. Die können da theoretisch auch mit dabei sein. Und, ja, vielleicht gamble ich demnächst auch mal ein bisschen Köpfe. Muss ich mal schauen. So, jetzt haben wir dann gleich alles durch. Und dann gucken wir mal, was der Stuff noch so wert ist. Also das ist alles leider nichts wert. Warte, wir können eigentlich auch gleich zum Händler gehen und das Zeug verkaufen, was nichts wert ist. Also das können wir alles wegtun. Auch nichts wert. Nope, nope. Da habe ich jetzt aber nichts Gutes rausgezogen. Okay, das ist 2K vielleicht. Da können wir mal schauen. Knapp 1000. Hm, 36. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Kette im World Drop. 4K. Ja. 1600. 12K. Knappe 5. Und das kann auch wirken. Na ja, zumindest ein paar Teile, aber das Wichtigste ist natürlich hier das T3-Teil. Und mal gucken, auf manchen Servern kann ich das noch für einen ganz guten Preis verkaufen. Mal schauen, um ein bisschen Gold einzunehmen, dass ich mir dann selber das T3-Zeug zusammenbasteln kann. Juti, das war es eigentlich mit dem kleinen Opening-Video. Hat ja wieder diesmal gut geklappt, dass ich einen Teil rausgekriegt habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch am Gambeln seid. Wie es bei euch so läuft, kriegt ihr auch T3-Teile raus. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.